Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Schon bald wird die Welt das ganze Ausmaß meiner Macht erkennen. Weißt du, Sebastiano Di Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren oder als Treibstoff verwenden, in den falschen Händen. Oh Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich habe einen Plan. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Rico Rodriguez ist also zurückgekehrt. Geboren in demselben Feuer, aus dem heraus sich meine Macht entwickelt hat. Wieso will man Di Ravello ans Bein pekeln? Theo, Rico, ich bin Mario, Bro. Ich bin nicht ein Bro. Können wir den beiden trauen? Sie sind keine Rebellen, aber haben denselben Feind wie wir. Mal auftritt, mein Junge, auf Chaos und Zerstörung. Und wenn er kommt, um dieses unwichtige Städtchen zu beschützen, tötet seinen Freund. Der Ravello ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden und ihn töten. Es gibt nichts, was meine Flammen nicht verbrennen können. Was hast du denn vor, Junge? Ich würde sagen, was Subtiles. Wir müssen... Tötet ihr! So einウisse Duwек war für euch. Untertitelung des ZDF, 2020